Woche 45 Ausweitung der Liebe Liebe ist der Grundantrieb in jedem einzelnen Lebewesen. Selbst wenn man allergrößten Erfolg hat und alles besitzt, was man sich wünscht, wird einem ein Mangel an Liebe unzufrieden bleiben lassen. Der Mensch bleibt unglücklich, solange er diesem Grundantrieb der Liebe nicht folgt. Man darf aber zulassen, dass sie sich erweitert zur allergrößten Ausdehnung hin, die dann alles mit beinhaltet, auf Krishna hinzu. Die ungereifte Liebe bleibt im Vorläufigen stehen. Ein Kind liebt erst seine Mutter, dann kommt der Vater dazu, dann Geschwister. Im Wachsen des Organismus erweitert sich auch der Kreis der Liebe beständig. Es beginnt die Familie, die Sippe, die Gemeinschaft und die Gesellschaft zu lieben. Dann erweitert sich die Liebe auf das Land und auf die gesamte Menschheit hin. Das ist der Reifegrad, den Platon Kosmopolitismus nannte. Doch auch da merkt man, dass der Drang zur Liebe hin so lange unerfüllt bleibt, bis er auf den höchsten Geliebten, auf Gott selber, gelenkt wird. Wenn man die Wurzel eines Baumes mit Wasser begießt, wird jeder einzelne Ast und jedes Blatt genährt. Wenn die Liebeskraft das eigentlichste Objekt der Liebe, Shri Krishna, wiederfindet, wird diese Liebe dann allumfassend. Das Lebewesen ist unberührt von allen Bewegungen der materiellen Natur, Aber aufgrund seiner angenommenen übergestülpten Mentalität, Herr über die materielle Natur sein zu wollen, in Klammer als direkte Folge seiner Gleichgültigkeit zum Dienst zu Krishna, ist es unter den Einfluss der äußeren Energie gefallen und erlebt scheinbar eine getrennte Existenz und leidet darunter. Genauso wie jemand in einem Traum unangenehme Dinge erlebt. In Klammer Bhagavatam 3.27.4.25 Es scheint furchtbar zu sein, was der Träumende alles durchlebt. Doch letztlich liegt er nur friedlich auf seinem Bett. Das Atmer, die ewige Seele, hat ein Potenzial in sich angelegt, das gleichzeitig ihre Bestimmung darstellt. Prima, reine Liebe. Jede Seele ist auf der Suche nach Liebe. Das Objekt der Liebe, der Seele, ist die Kulmination aller Schönheit. Sri Krishna, die bewusste Persönlichkeit Gottes. Wenn die Seele mit ihrem Ursprung in Liebe verbunden ist, nennt man dies Bhakti-Yoga, die ewige Funktion des ewigen Lebewesens. In diese Einwilligung, die Liebeskraft nicht mehr im Vorläufigen zu deponieren, sondern wieder auf Krishna hinfließen zu lassen, erübrigt sich die große Maya, die illusionierende Energie, welche einem Identifikation mit Dingen ermöglichte, die einem wesensfremd waren. Im Griechischen finden sich drei unterschiedliche Worte für Liebe. Im Eros ist das Zielobjekt der Liebe das eigene Ich. Unter Liebe wird verstanden, außerordentliche Gefühlsregungen, liebreizende Stimmungen und Annehmlichkeit zu erfahren. In Philadelphia zielt die Liebe auf die Erfreuung der Mitmenschen und Mitwesen. Es ist die Caritas. Agape stellt die Ausweitung der Liebe auf ihren Urgrund hin dar. Sie zielt auf die Erfreuung Gottes hin. Diese Gottesliebe quillt dann über und umarmt die gesamte Schöpfung. Nicht als die Verbindung des Ich zu den Dingen oder anderen Menschen, sondern als Beziehung der Seele zu Gott. Die Seele liebt alles, was aus ihm stammt. Die Agape schließt alle Wesen mit ein und bleibt nicht auf ein bestimmtes Gegenüber bezogen. Diese drei Aspekte der Liebe können auch aufbauend integrativ verstanden werden, da sich die brennende, alles einbeziehende Liebe aus allen Elementen zusammensetzt. Der Selbstliebe, dem Eros, der Zentrierung, der Fähigkeit, ganz bei sich zu sein und sich dabei auch vollständig zu fühlen. Der Nächstenliebe, der Philadelphia, der Dezentrierung, der Bereitschaft, auf viele andere Menschen hinzugehen, ohne jegliche Verhaftung eines Eigeninteresses. Der Gottesliebe, der Agape, der Überzentrierung, der Fähigkeit, Teil eines viel größeren und allumspannenden Wesens zu sein. In der Seele existiert eine inhärente Tendenz zu lieben. Niemand will leben, ohne irgendjemanden zu lieben. Selbst durch tierische Körperverpackungen scheint diese Sehnsucht der Seele hindurch. Eine Tigermutter trägt, erhält und beschützt ihre Babys. Zu Beginn des Lebens ist diese Liebe auf Eltern, Geschwistern, Familien gerichtet. Mit erwachendem Erkenntnisvermögen weitet sie sich aus auf Gemeinschaft, Nation, auf die gesamte Menschheit und auf alle Mitgeschöpfe. Diese brennende Grundsehnsucht der Seele bleibt jedoch unerfüllt, solange sie nicht wieder auf den Urquell aller Existenz und Schönheit gerichtet wird. Sri Krishna Deshalb ist es die wesentlichste Aufgabe der Seele, die Identität des höchsten Geliebten zu erforschen.